Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Enantiomere und Diastereomere. Zum erfolgreichen Anschauen dieses Videos sind als Voraussetzung die Kenntnisse über Chiralität und Enantiomere notwendig. In diesem Video möchte ich mit euch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Enantiomeren und Diastereomeren herausarbeiten. 1. Enantiomere 2. Moleküle mit zwei Chiralitätszentren 3. Diastereomere 4. Enantiomere und Diastereomere im Vergleich 5. Zusammenfassung 1. Enantiomere Die Strukturen eines Enantiomerenpaares stehen in einem Verhältnis zueinander wie Bild und Spiegelbild. Damit es sich um Enantiomere handelt, dürfen beide Strukturen nicht identisch sein. Nehmen wir als Beispiel diese chemische Verbindung mit ihren beiden Enantiomeren in Fischerprojektion. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause www.sofatutor.com